Die Person, um die es heute geht, ist eine solch nicht identifizierte Person. Hier wurde der Namenszusatz Artesia gegeben, da man ihren Körper in der Nähe der Ortschaft Artesia fand. Bei Artesia Jane Doe handelt es sich um die Leiche eines jungen Mädchens, die am 26. Oktober 2020 gefunden wurde. Ein Jäger fuhr durch Graham County in Arizona. Die Gegend ist sehr dünn besiedelt und wüstenähnlich. Außer ein paar Büschen und vereinzelt verlassenen Bauernhöfen sieht man auf seiner Fahrt hier stundenlang nichts anderes als Sand. In der Nähe von Artesia machte er Halt und fand an einer alten verlassenen Ranch einen hängenden Trog, in dem sich wohl mal das Wasser für die Tiere befand. Wasser war dort mittlerweile zwar nicht mehr drin, dafür befand sich darin in eine Plastikplane eingewickelt die Leiche eines jungen Mädchens. Sie hatte kurze hellbraune Haare und war bereits stark zersetzt. Auffällig war aber, dass sie etwas trug, was später als eine Art Hexengewand beschrieben wurde. Ein Sweatshirt mit Kapuze, Totenköpfen und Zickzackmustern. Und darüber ein schwarzes, langes Gewand mit Kapuze und Bändern an den Ärmeln. Man könnte es statt als Hexengewand auch als eine Art Sensenmann-Kostüm interpretieren. Ihr gesamtes Äußeres wirkte so, als würde die Unbekannte aus einer anderen Zeit stammen. Der Polizei gelang es nicht herauszufinden, um wen es sich bei der Toten handelt. Ihr Tod wurde ein paar Wochen zuvor datiert. Aber das war auch nur eine grobe Schätzung, da der Körper bereits sehr stark zersetzt war. Eine Todesursache konnte man überhaupt nicht mehr feststellen. Man grenzte ihr Alter zwischen 13 und 22 Jahren ein und korrigierte später, dass das Mädchen vermutlich bei ihrem Tod 17 Jahre alt war. Die Beschreibung, das Phantombild, das erstellt wurde und ihr Alter wurden veröffentlicht. Aber niemand meldete sich und es gab auch keine vermissten Fälle im Umkreis. Wie bereits erwähnt ist die Gegend rund um den Fundort sehr dünn besiedelt. Bis zur nächstgrößeren Stadt sind es über zwei Stunden Autofahrt. Warum hatte jemand ausgerechnet diesen Trog gewählt, um die Leiche des Mädchens dort zu platzieren? Hätte er sie einfach ein paar Meter weiter in den Büschen der Wüste versteckt, dann hätte man ihre Leiche vermutlich nie finden können. Oder sie wäre von Tieren gefressen worden. Warum platziert man den Körper stattdessen an einer so auffälligen Stelle? Außerdem kann man davon ausgehen, dass jemand das Mädchen erkennen würde, wenn sie aus der Nähe stammt. Die meisten Dörfer im Umkreis sind sehr klein und das Phantombild von Artesia Jane Doe erlangte in den Medien große Bekanntheit. Umso merkwürdiger ist es, dass sich seitdem nie jemand gemeldet hat, dem sie bekannt vorkam. Wie denkt ihr über den Fall? Warum ist das Mädchen so komisch gekleidet gewesen? War es vielleicht ein verfrühtes Halloween-Kostüm? Hat ihre Verkleidung als Sensenmanier vielleicht letztendlich selbst den Tod beschert? Warum wurde sie so auffällig platziert? Wollte der Täter, dass man sie findet? Wenn ja, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass die Tote mit dem Mörder eine persönliche Beziehung hatte und ihm am Herzen lag. Aber das sind alles nur Mutmaßungen. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Dieses Video hätte keinen Platz auf dem Hauptkanal gefunden. Aber ich finde, es ist trotzdem ein interessantes Thema. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den kurzen Videos auf diesem Kanal hier haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir gerade bei diesem neuen Kanal wirklich ungemein weiter. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.